Guten Tag, ich hätte gerne so eine Corona-Masse. Am Anfang hatten wir das Gefühl, wir machen nur 10. Und dann hat sich das gesteigert, gesteigert, gesteigert. Und jetzt sind wir bei 3'000 Hasen. Da war es, wie Desperste. Und dann hat sich das gesteigert, Sie hat die Hitschんler. Da war es, dass Sie Kanuern McDonald's im Internet Das lässt sich immer wieder in einer Hitschneing. Da war es. Da war es gut. Da war es müde. Da war es gut. Da war es, was ich selber. So 99%ig finde ich es gut, weil es ist etwas Witziges und es gibt ganz wenige, die sagen, wir dürfen das ausschlachten und weiss nicht was, aber die meisten finden es sehr gut. Normalerweise verkaufen wir diesen in der Region und seit das in der Medie war, verschicken wir ihn schweizweit. Wir hatten sogar Anfragen von Luxemburg oder von Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020